Was geht ab YouTube? Wir sind hier... Wallah, wie süß du mitgeklatscht hast. Weißt du, ich bin totgelacht, aber ich habe heute eine Reaction von euch gesehen, wo ihr beide diese gleichzeitig... Und ihr habt den Kanal noch nicht abgecheckt und macht einen Daumen hoch, beide gleichzeitig. Wallah, geil. Wir sind heute mit dem... Barre, Bruder, Barre. Barre, Bruder, Barre. Und wir reagieren heute auf AZ, Handy brennt. Feierst du AZ? Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Wer feiert AZ nicht, mein Bruder? Das ist das, damals Prime wahrscheinlich auch immer gegeben. Wer feiert AZ nicht, Bruder? Das ist ja, Bruder, kannst du mir auch sagen. Guck mal, Bruder, ich sag immer so, viele Künstler haben Deutschrap auch geprägt, so weißt du. AZ ist ja auch, Bruder, KMN. Natürlich. Diejenigen, die so diesen Autotune-Film so richtig angefangen haben. Richtig, 100%. Weißt du, was ich meine? Für die Familie. Ja, 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 ja. Diese Bruder, mit diesen Songs hat ja angefangen, dass das alles so anfängt mit der Autotune. Ja, safe, safe, safe. Normal haben früher Leute schon früher Autotune benutzt, aber da war das noch nicht so. Die haben diesen Film hier überhaupt... Ja, ja, so richtig etabliert mit zusammen. Bruder, KMN ist KMN. 100%. Schade auch. Ich hätte mir richtig gewünscht, Bruder, dass die jetzt keine Ahnung um die Ecke kommen, Bruder, und nochmal ein Album droppen. Ich habe damals gewünscht, dass das alles Promo wäre. Ja, Bruder. Schade. Egal, wir starten rein. Im Solo mit Henny brennt. Let's go. Mal gucken, was der... Sag jetzt schon, der ist krass, der Song. All Barnary gemacht hat. Schieb, ey. Schieb, ey. Ich bin wach in der City online. In der City online. Bruder, ich habe jetzt schon diese Fast-Life-Vibes vom Frühjahr, Bruder. Warum nicht? Sein Album war diese Fast-Life, Bruder. Genau gleiche Dings, wie das schon alles anfängt, Bruder. Ich schwöre dir auf alles. Was willst du machen, wenn du tot bist? Jakob Winterplatz, Achterstock ist mein Wohnsitz. Mama, bitte, du wirst alles schaffen, wenn du groß bist. Sie hatte Recht, Walla aus der Casio wurde Rolex. Ey, wir haben gerade darüber geredet, so auf diese alte Sound mäßig. Und ich finde, das hat so einen alten Touch. Du meinst ja Fast-Life, Bruder, diese vom Frühjahr. Boah, Bruder, wenn AZ so wieder rappt, Bruder, das wäre ein Traum, Bruder. Das ist geisteskann, Bruder. Das ist Walla. Bruder, ich war auch ein Überfan von AZ, Bruder. Ich finde, nur so manche Auskupplungen irgendwann waren leider nicht mehr so stark wie früher. Aber das liegt auch ein bisschen daran, AZ hat ja Grenzen überschritten. Mit seiner Musik, die waren ja verrückt, Bruder, weißt du. Und irgendwann ist es schwer, sein Level, wie immer wieder in Gleichzeiten. So alten, Bruder, normal, das ist schwer. Auch als Künstler, Bruder, wie viele Alben hat er geil gemacht? Wie viele Songs hat er gemacht? Das ist das, Bruder. Aber eine gewisse Dings ist auch so, Bruder, wenn du ins Studio gehst. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihm der Fall ist. Aber irgendwann zum Beispiel bei mir ist es so, Bruder, ich habe, sagen wir mal, sechs, sieben Songs in einem Monat gemacht. Bruder, kann sein, dass der Achte nicht mehr geil ist. Oder der Neute nicht mehr geil ist. Weil irgendwann du wiederholst dich, du brauchst neue Inputs. Bruder, zum Beispiel Bajo sagt auch immer zu mir, der sagt, Bruder, manchmal muss man auch einfach ein bisschen Pause machen von Musik und neue Sachen im Leben erleben, damit man über diese Sachen, Bruder, berichten kann. Weißt du, was ich meine? Und die in seine Musik einpacken kann. Weil wenn du jeden Tag Musik machst, Bruder, irgendwann hast du zehn Songs gemacht und du hast in den zehn Songs alles berichtet, was du die letzte Zeit erzählt hast. Weißt du, was willst du noch erzählen? Weil Bruder, ich mache ja zum Beispiel bei meiner Musik, ich achte viel darauf, dass ich Sachen erzähle, die ich in meinem Kopf habe, meine Gedanken, die ich fühle. So weißt du, Schwein? Und deshalb ist ja auch so diese weibige Musik, Bruder, bei mir. Und bei mir, wenn ich nichts zu erzählen habe und keine Gefühle habe und so, Bruder, dann kann ich nichts erzählen. Weißt du, Schwein? OBG. Willst du auch dazu schnell? Salam, ja. Arzt, Bruder, wie krank fängt das schon an, ja? Nimm mal den Stuhl und sitz schnell. Von A-Z. Es ist behindert kalt, Jungs. Ich schwöre auf alles. Unnormal, ne? Ich habe auch mein Leben nicht gleich. Ich bin hingefallen deswegen fast. Bruder. Wie viel Geld denn? Komm, wir machen direkt weiter. Keiner kann uns f***en, auf der Straße ist zu viel passiert. Und unsere Feinde würden sagen, es ist nie passiert. Keine Frau, nein, ich liebe das Welt für das Lachen meiner Mutter. Voila, Bruder. Lass mal die Line, die jetzt kommen. Die ist wichtig, Bruder. Ich mache zurück, alles gut, wir hören sofort rein. Ich habe eine Frage, guck mal, du hast ja gerade was Gutes thematisiert mit dieser Pause, ne? Ja. Hattest du das auch schon mal? Ich meine, wie lange machst du eigentlich Musik? Drei Jahre. Drei Jahre. Du? Oh, krass. Hattet ihr auch schon mal so Momente, wo ihr gesagt habt, ey, ich brauche mal Pause, um wie... Ach du das, was du erzählt hast? Ich höre dir auf alles. Ich habe locker fast ein Jahr keine Musik gemacht, zwischen diesen drei Jahren, Bruder. So, ich hatte halt andere bisschen Dings, andere Probleme, so. Aber, äh, ja, Bruder. So zwischendurch, Bruder. Manchmal, ich habe so zwei, drei Wochen, keine Ahnung, gar keinen Bock. Ich habe abgehört von Musik, Bruder. So, das sind immer Dings. Zum Beispiel heute, wir waren im Studio, Bruder, eigentlich sollten wir für mich arbeiten, Bruder. Ich bin ins Studio gegangen. Wallah, ich hatte gar keine Lust, Musik zu machen. Ich habe zu Mario gesagt, mach du einfach heute. Verstehst du, Bruder? Ich kenne diese. Das ist normal. Das ist auch voll situationsabhängig. Also, bei mir ist das richtig situationsabhängig. Wie war das bei Icon, Bruder? Da habt ihr ja jeden Tag... Ah, nee, dieser Voice Craig. Da habt ihr ja jeden Tag was gemacht. Aber da wart ihr die ganze Zeit Dinge? Oder hattet ihr auch so diese Momente, wo ihr gesagt habt, Wallah, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr? Bruder, ich sage dir ehrlich, bei Icon. Ich hatte schon, Bruder, bei ersten Tag oder zweiten... Was ist denn mit mir? Erster Tag passiert, Bruder. Ich bin da hingekommen. Ja, stimmt. Danach diese, äh, Song. Malaga. Malaga. Dann, Bruder, ich dachte mir, Annick, was geht hier ab, Bruder? Ich hätte das echt nicht gedacht, dass das so Dings ist. Der Icon ist hart. Sieht immer nur einfach aus wie die Fans, aber das hört halt, als ihr denkt. Ich schwöre dir. Willkommen in meiner Welt, wo man fliegt und nicht fällt. Mein Handy klingelt, ich sitz tief in mein Brands. Willkommen in meiner Welt, wo man schießt und du fällst. Ich hab auch darauf gewartet. Ich schwöre, ich dachte, jetzt kommt... Bruder, lass den Bruder, der ist geistkrank, der AZ. AZ ist King, Bruder. Ich schwöre auf alles, der... Guck mal. Ich sag euch eins, guck mal. Um erfolgreich zu werden, momentan gibt es viele Plattformen, es schnell zu schaffen. Weißt du, aber es zu halten... Was ist das Schwierigste? ... ist das Schwierigste. Normal. Dieser Junge, dieser AZ... Dieser Junge. Der ist immer, der ist hier, der ist da, dann kommt was anderes, der ist... Der hält sich immer, ja, ja, ja. Bruder, die haben ein, das sag ich schon, die haben ein Bruder, ein Standing, Bruder. Bei dem, die können ein Jahr keine Musik machen, wenn die kommen, Bruder knallt wieder. Wala ja, Wala ja, Wala ja. Das ist ja das Krasse an ihm, Bruder. Das macht den ja so mysteriös. Die Leute feiern den, weil der so mysteriös ist, Bruder. Aber bei dem ist das Ding auch, Bruder, er macht wenig. Er macht keine Instagram-Stories, Bruder. Ich weiß, ja. Wenn der morgen einen Song droppt, ne, der postet einfach an dem selben Tag, keine Ahnung, eine Stunde vorher, in einer Stunde kommt mein Song online und der Song geht durch, Bruder. Ohne Promo, ohne nix, ja, ja, safe. Boah, Jungs, ich hab so Flashbacks, Bruder. Wala, das tut so gut. Abends, so zu hören. Das ist einfach fast live, ne. Ich schwör auf alles, krank. Wala, ja. Boah, Bruder. Geil, Bruder. Was an mein Handy brennt, das bedeutet Junkies rennt, so wie Bellingham. Ey, boah. Kennst du den Song, ja? Ja, das ist Hörprobe gewesen. Ach so. Das er auf TikTok gepostet hat. Wala, ich schwör auf alles, ne. Ich hab einmal diese Hörprobe gehört. Ich bin im Kopf geblieben, Bruder. Was mit Bellingham, mit meinen Brüdern sitzenden Bands und Männen, Bruder. Ja, 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 ja. Geisteskrank. Und deshalb laufen sie so, wie sie laufen. Ich bin wach in der City all night. Augen auf, sitzen in der Sextime. Okay, Jungs, was sagt ihr bisher? Bruder, geisteskrank. Wala, Bela geisteskrank. Also kann man nix anderes sagen, Bruder, ich küsse dein Herz. Wala. Wann hat er released? Gestern. Meiner Meinung nach, ne. So, bis jetzt, was ich auch gehört habe, ist der stärkste Release auf jeden Fall. Und des Tages? Ja, außer jetzt von unseren Jungs, Bruder. Ey, 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 ey. Aber ich mein so, außer halt, Bruder, sag ich, bis jetzt. Ja, ja, ja. Ich sag, ich geh sogar so weit, stärkstes Release sogar, was ich seit langem gehört habe, Bruder. Bruder, glaubst du mir, ich höre auch gar nicht mehr. Seit langem? Seitdem, seitdem das gekommen ist, dass, Bruder, jedes Mal, weil Musik ist ja jetzt, Bruder, voll schnelllebig geworden. Ja, ja. Jede Woche kommen Tausende von Songs, jede Woche ist immer. Du sagst es. Was Neues? Bruder, ich höre, ich kann mir keine Musik mehr geben. Also, ich kann mir keine deutsche Musik mehr geben, Bruder. Weißt du, das einzige, was ich noch höre, ist nur noch Eike Musik. Ja? Wallah. Ich höre nur noch Eiken Lieder. Das ist krass. Spreche ich hier aus der Sicht von vielen Leuten, wer hört noch nur Eiken Lieder aktuell? Ja, weil wir aber auch gerade am übernehmen sind. Ja, Wallah, ja. Das ist das. Und Bruder, da kommen noch Dinger, Bruder, die Leute wissen. Das ist noch gar nichts. Die wissen nicht. Wallah, bisher ist noch nichts rausgekommen. Ich finde das Video auch so krank. Ich finde das Video einfach geil. Bruder, was ist das für eine Videokamera-Qualität, Bruder? Bruder, ich schwöre auf alles in der Kooperation mit Nine Mind. Ja, ja. Ist ja klar, Bruder. Auch mit Rockstar und so. Ja, ist ja klar. Ich schwöre auf alles. Seit langem, langem, langem ist das wieder so die krasseste Hook von denen. Oder? Ja, ja. Ich muss auch sagen. Also das ist echt ein mieser Song von denen. Aber diese Hook, Bruder, ne? Nein, 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 nein. Nein, die ist einfach anders. Die Melo, die Melo. Die ist einfach so unerwartet, Bruder. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich bin so behindert, Bruder. Guck mal, auch schlichtes Video. Das war's, Bruder. Ja, Wallah. Happy Release, Alter. Wallah. Bigi, was sagt man auf Albanisch, es war gut? Super. Wie? Ja, wie? Auf wirklich? Super, 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 super. Super. Super, genau. Ich fahle mit dir schon mal. Ich fahle mit dir schon mal. Ich fahle mit dir. Ich fahle mit dir. Ich fahle mit dir. Nochmal langsam, ich lau. Und äh. Super, Korch. Super, Korch. Was? Alles gut. Du hast auch so gesagt. Alles gut. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Video Gib dir das Abo da. Ich fahle mit dir ein. Es war's mit Andrej nicht immer schön. Das war's mit dem Video. Alltãos und vielmaß. Vielen Dank.